Eine Frage, die sich häuft, ist, wie komme ich an meine natürliche Aggressivität, Wut und Hass ran, in Situationen, wo die eigentlich da sein müsste und wo ich dann aber immer in Traurigkeit, Resignation und Aufgeben zurückfalle. Das fragen eine ganze Menge Menschen und da müsste man erstmal gucken, was das eigentlich genau ist. Also wenn ich in einer Situation bin, die Abgrenzung erfordert und ich kollabiere dann, dann hat es in der Kindheit mal Sinn gemacht, so zu reagieren, sonst würde das der Organismus nicht automatisiert machen. Also eine Unterwerfung mit Traurigkeit und Resignation kann sein, dass ein Angreifer besänftigt und man dadurch die Situation verbessern kann. Das hat biologisch einen Sinn. Aber als Erwachsener, wenn die eben immer wieder automatisiert ablaufen, obwohl ich vom Bewusstsein, von meinem Verstand her weiß, dass das in der Situation eigentlich für mich nicht hilfreich ist, dann muss ich mir überlegen, wie ich das anders machen kann. Und da geht es einfach darum, das zu entscheiden. Das ist einfach eine Entscheidung. Wenn mir was passiert, was mir nicht gut tut und das, was Wut und Hass auslöst, ist immer eine Grenzüberschreitung. Das heißt, wenn meine Grenzen überschritten werden, entweder durch mich selber oder von außen, dann leide ich doch. Dann leide ich. So. Und wenn ich doch leide unter diesem Umstand, dann muss ich den ändern, wenn ich nicht mehr leiden will. Also für den Fall, dass ich nicht mehr leiden will, muss ich den Umstand ändern. Wenn ich kollabiere und in die Unterwerfung und weinen gehe, da ändert sich nichts. Von daher macht diese Reaktion keinen Sinn mehr, weil sich dadurch nichts ändert. Also einen Angreifer, zum Beispiel der mir die Handtasche wegreißen will, den interessiert das herzlich wenig, ob das Opfer anfängt zu weinen oder nicht. Das interessiert den nicht, weil das hat auf seine Handlung keinen Einfluss. Wenn aber das Opfer hochgradig aggressiv wird und dem Angreifer mit maximaler freigeschalteter Kraft in einem Überlebenskampf zurückschlägt oder was man da auch immer für Dinge tun kann, dann hat das Konsequenzen. Dann ändert sich was an der Situation. Genauso wie in harmloseren Beispielen, wenn ich mit einem Vertrag über den Tisch gezogen werde und ich weine und resigniere und kollabiere, da ändert sich gar nichts. Wenn ich aber zu einem Anwalt gehe und mich wehre, dann ändert sich was. Und die Energie, sich zu wehren, ob das jetzt körperlich ist oder zu einem Anwalt zu gehen oder einfach nur verbal, die Energie dafür, das ist die natürliche Aggression und die natürliche Wut, die normalerweise automatisch zur Verfügung steht. Das heißt, wenn meine Grenzen überschritten werden, fährt mein System automatisch hoch. Da muss ich nichts machen. Ich muss mich dafür nicht anstrengen, sondern das ist automatisch da, die Energie, um mich zu wehren. Das ist einfach die Biologie. Wenn das eben in der Kindheit durch Ohnmachtserfahrungen verzerrt wurde und das quasi verbogen werden musste, dann komme ich da heute dran, indem ich handle, indem ich beginne zu handeln. Das heißt, wenn ich in die Resignation und ins Weinen gehe und nichts tue, dann komme ich an die Energie nicht ran. Ich muss also mich in so einer Situation zwingen, etwas zu tun, um sozusagen von der anderen Seite an die Energie ranzukommen. Also das Handeln und das Sich-Wehren und das Gestalten und die Aggressivität im Organismus, das sind sozusagen zwei Seiten derselben Medaille. Und es ist jetzt egal, wo ich einsteige. Entweder die Aggression ist da und ich kanalisiere die ins Handeln oder die Aggression ist verdrängt und ich zwinge mich zum Handeln, dann kommt die zum Vorschein. Das heißt, wenn du beginnst, in solchen Situationen etwas zu tun und das ist erst mal am Anfang egal, was du tust. Das ist erst mal egal. Hauptsache, du tust irgendetwas. Und es kann sein, dass es einfach heiß joggen gehen. Wenn da wieder eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat, etwas mit dem Körper machen. Erst mal überhaupt irgendwas machen. Erst mal den Körper in Bewegung setzen. Und das für dich vielleicht mal ausformulieren. Im Zimmer alleine, wo es total geschützt ist, wo nichts passiert. Einfach mal ausdrücken, dass du das nicht möchtest. Einfach das mal schauspielerisch durchgehen. Und wenn du dich dazu zwingst und der Organismus wird immer versuchen, dich davon abzuhalten, wenn diese Verzerrung da ist. Wenn du dich aber dazu zwingst, dann wirst du an die Energie wieder rankommen. Und dann später stellst du fest, dass die automatisch wieder da ist. Und du ins Handeln kommst. Also dieser Strudel aus Kollabieren, aus Resignation und Traurigkeit, dem musst du widerstehen. Und zwar, wenn du was ändern möchtest. Wenn du dein Leiden beenden möchtest. Und in dem Fall kommt das ja von außen. Und wie gesagt, da geht es ums Tun. Weil sonst passiert einfach nichts. Und du darfst dich nicht zum Opfer weder von dem Äußeren machen, noch von deinem Inneren. Also wenn du jetzt sagst, ja, aber das kann ich nicht und die Aggression ist nicht da und ich traue mich nicht zu handeln und ich bin dann immer so traurig und resigniere. Dann machst du dich zum Opfer deiner Zustände, was auch nicht stimmt. Weil du bist erwachsen, du hast ein erwachsenes Nervensystem. Du bist nicht Opfer deiner Zustände. Auch nicht Opfer deiner Traumazustände. Wenn du etwas ändern möchtest, dann wirst du das tun, auch in solchen Situationen. Und da geht es darum, das ein bisschen zu üben und zu machen und dann ist das wieder da. Also es ist deine Entscheidung. Es geht um deine Entscheidung, in diesen Situationen mit dem Handeln zu beginnen. Um über das Handeln die Aggression wieder freizulegen. Das ist vom Prinzip einfach und in der Praxis braucht es ein bisschen dich dran zu gewöhnen. Eine Möglichkeit ist auch, das im Geist erstmal zu machen. Wenn da was passiert, erstmal im Geist das ausleben und ausdrücken. Dann über den Körper, für dich in einem geschützten Rahmen, mit Freunden drüber reden und so weiter. Dass das einen Kanal bekommt, dass das Handeln einen Kanal bekommt. Dass das Handeln zu deinem Teil wieder wird in so Situationen. Und bis du dann in der Lage bist, die Situation direkt aktiv mit deinen Worten und mit deinen Handlungen umzugestalten. Und dann wird dir die ganze Absurdität klar. Wenn du eine Grenzüberschreitung erlebst und fängst an zu resignieren und traurig zu werden. Das ist absurd. Das macht keinen Sinn als Erwachsener. Das tut dir nicht gut und das tut niemandem gut. Das ist einfach nicht angemessen. Das sind Kinderanteile, die in Erwachsenenszenarien reinragen und dort nichts zu suchen haben. Also fang an zu handeln. Handeln, handeln, handeln. Das ist immer das, worum es geht. Wenn es in Richtung Trauma geht, geht es zurück in die Heilung über Tun, über Handeln, über Gestalten, über Sprechen, über Dinge klären und konfrontieren. Bis wieder eine adäquate, situationsangemessene Verbindung mit der heutigen Realität und das heißt mit den heutigen Menschen vorhanden ist. Und das Weinen bei Grenzüberschreitungen ist nicht situationsangemessen. Das passt nicht zu dem Kontext einer Grenzüberschreitung als Erwachsener. Das war's. Das ist ein Thema. Vielen Dank.